Wenn ich da die Überwurflasche sehe, wo ich dann, wenn ich hineinfahre, ein wahnsinnig tolles Feature habe, nämlich, ich habe da eine Tasche drin, einen Handwärmer, wo ich, wenn ich unter mir habe, meine Hände rein tue. Super warm habe und, ganz was Tolles, dieser Panscher Wickmix. Wenn ich jetzt einen Low-Wetterflag habe, dann habe ich viel, viel, viel Gewicht mit. Den kann ich ein kleines Backfaust zusammen mitnehmen, den habe ich immer dabei. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist auch der Preis dazu. Ich denke, dass das eine super, super tolle Alternative ist, vor allem für einen Jungjäger, der die ganze Ausrüstung kaufen muss. Er hat von Anfang an einen super Wetterschutz mit tollen Features zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Das war's. 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 Vielen Dank.